Denk doch nur an all die perfekt gerösteten Gesichter, die wir anknabbern können. Ey, lahmert's denn ja ganz gefähr... Was geht, Freunde da außenweit? Wir switchen Rebound. Let's rock. Liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Oh, hey, wie kommt der denn hier rein? Passiert ständig, dass einfach mal tote Menschen in den Häusern rumliegen? Karl, was hast du getan? Ich, ich weiß nicht. Erzähl mir, was passiert ist, Karl. Ich hab ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Warum hast du diese Person umgebracht, Karl? Ich töte keine Leute. Das ist so etwas, will ich nie im Leben tun. Sag mir, Karl, was du gemacht hast, kurz bevor ich nach Hause kam. Okay, gut, ich war oben und ich saß in meinem Zimmer, hab ein Buch gelesen und dann kam auf einmal dieser Typ. Ganz interessante Lamas hier. Okay, ich bin auf ihn zugegangen und ich hab ihn 37 Mal in die Brust gestochen. Naja, das tötet ihn nicht unbedingt, wenn man ihn nicht richtig trifft, aber... Da musst du schon ganz schön Pech am Bein zustechen, wenn du die richtige Organe nicht triffst. Karl, das tötet Leute. Oh, ich, oh, 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 das, das wusste ich nicht. Wie kannst du... Es ist ein Lama, ich kann es verstehen, dass ich das nicht wusste. So etwas nicht wissen. Okay, mein Fehler, ich bin doof. Was ist mit seinen Händen passiert? Seine Hände, warum, warum fehlen die? Nun, ich hab sie gekocht und gegessen. Aber er weiß, wie man kocht. Interessante Sache. Karl. Nun, also, ich, ich hatte einfach Heißhunger auf Hände und... Warum solltest du so etwas machen? Ich hatte Hunger auf Hände, also lass mich. Karl. Gut, wenn ich Hunger auf Hände hab, dann geh ich auch zur Rebe und schneid, kassier auch die Hand ab und fress die. Der Magen hat ganz schön gegrummelt. Karl. Und nur Hände konnten ihn zufriedenstellen. Was ist noch in dich gefahren, Karl? Nun, ich töte Leute und esse Hände. Das sind zwei verschiedene Sachen. Na gut, kann man uns so mitnehmen. Karl, was sollte das denn? Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Du hast dein ganzes Kreuzfahrtschiff versenkt. Bist du sicher, dass ich das war? Ich meine, ich würde mich an sowas erinnern. Karl, du hast den Kapitän mit... Du hast dich nicht mehr daran erinnert, dass er Menschen tötet hat? Gabune ins Gesicht geschossen. Das hört sich gefährlich an. Du hast kleine Kind... Das hört sich nicht nur gefährlich an. Na gut, es ist nicht unbedingt gefährlich, aber es kann gefährlich enden. Kinder vom Schiff geworfen. Oh, 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 das muss schrecklich gewesen sein. Und dann hast du es mit den Eiskulpturen getrieben. Gott sei Dank waren die Kinder nicht an Bord, um das zu sehen. Karl, warum ist das Rettungsboot rot und klebrig? Oh, du hast recht, es ist rot und klebrig. Karl, wo drin stehen wir? Würdest du mir glauben, dass es Erdbeermilchschick ist? Nein, das... Ich würde es glauben. Das würde ich nicht glauben. Äh, Tomatensaft. Nein. Rotnektar. Nein. Einige von Gottes Tränen. Sag mir die Wahrheit, Karl. Die sind rot. Ganz interessante Tränen hat Gott. Das alte, nette Ehepaar aus Zimmer 104. Karl. Der bringt einfach alle um. Was sind das für Lamas, Mann? Karl. Nun, sie haben die ganzen Würstchen vom Buffet weggegessen. Das glaube ich. Okay, dann wird... Das kann ich nachvollziehen. Einfach nicht. Ich entschuldige mich nicht für Kunst. Wo sind die anderen Rettungsboote? Wow, 100 Punkte, das habe ich gar nicht bemerkt. Wo sind die Rettungsboote, Karl? Wenn ich mir die Konstellation von Mond und Sonne anschaue, dann glaube ich, dass sie mit ganz vielen Löchern auf dem Meeresrund liegen. Was hat der Mond und die Sonne damit zu tun? Ich habe ein Problem. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Du bist so... Ich würde das nicht als Problem bezeichnen, sondern als normales Lama-Leben. Und ausstehlich heute. Shh, hörst du das? Das ist der Klang der Vergebung. Das ist der Klang von ertrinkenden Menschen, Karl. So hört sich Vergebung nun mal an. Äh, ertrinken hört sich nach Vergebung an? Oder andersrum? Also wenn ich nächstes Mal einen ertrinkenden Menschen sehe, rette ich ihn nicht. Ich sage einfach nur, gut, gut. Ey, du scheißt mich, hau doch ab, Mann. Jetzt fresse ich dich. Karl, das sollte doch ein entspannter Urlaub werden. Also ich habe gerade... War nicht gerade schon das Schiff kaputt? Jetzt ist hier die Stadt in Schrott. Die entspannteste Zeit meines Lebens. Du hast die südamerikanische Regierung gestürzt. Das Volk hat gesprochen. Viva la Résistance. Warum nicht unsere? Das wäre viel sinnvoller. Du hast den Anführer des Widerstands in einen riesigen Ventilator geworfen. Er war ein Halonkund, ein Verräter. Er hat versucht, dich davon abzuhalten, andere Leute in einen riesigen Ventilator zu werfen. Wow, das war ein Fuß. Ich glaube, ich habe eine ganze Person runtergeschluckt. Wie? Das muss der Barkeeper sein. Nun, das erklärt, warum mein Mojito so lange gebraucht. Das war grausam. Du hast einen Kiefer wie eine Schlange ausgerenkt. Wow, das klingt ziemlich geil. Ich kann nirgends mit dir hingehen, Karl. Jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Wir sind beide schuld. Ich möchte nach Hause. Lass uns... Alter, was gucke ich hier? Ich sollte dir vielleicht sagen, dass ich unser Reisegepäck mit Weisenfleisch gefüllt habe. Was? Ich baue gerade einen Fleischdrachen und nicht jedes Fleisch ist dafür... Ich braue gerade einen Fleischdrachen. Das schöne, jute Fleisch, Mann. Weißt du was? Vergiss es. Mich kann nichts mehr schockieren. Oh, Spielverderber. Sowas ist schon Standard geworden, Karl. Dann muss ich mich das nächste Mal mehr anstrengen. Bitte nicht. Ich glaube, wir stecken mitten in einem Wettkampf. Jetzt ist es zu spät. Du. Du? Irgendwie habe ich deinen Namen vergessen. Wir kennen uns nun schon seit drei Jahren, Karl. Und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mein Name ist Paul. Was? Ich sagte, mein Name ist Paul. Oh, das wusste ich aber jetzt auch nicht. Ich dachte, du wärst deine Frau. Warum? Ich kenne die jetzt seit vier Minuten. Denn das. Wegen dem Hut, bist du sicher? Selbstverständlich. Nun, wenn du mich bitte entschuldigen würdest. Ich habe da ein paar Bilder auf meinem Rechner, die ich unbedingt löschen muss. Äh, ja. Karl, du hast den ganzen Teppich schmutzig gemacht. Das ist ja eine Sauerei. Ich habe ihn gestern... Sehr gut. Du hast den ganzen Teppich so schmutzig gemacht. Das ist eine Sauerei. Ich würde dich anders anwucken. Ich habe den ganzen Morgen auf meinem Saxophon gespielt. Das sind eindeutig deine Fußspuren, Karl. Dann läuft bestimmt ein Betrüger herum. Die Spuren führen direkt zu dir. Hinweis Nummer eins. Der Betrüger ist ein Phantom. Karl, hör auf, dich raus. Äh, warum passiert das jetzt? Was ist das für eine Überraschung, Alter? Das sprengt sich alles weg in so einer Atomisierung. Und jetzt sagt Happy Birthday überall halt ab als Grundein. Du hast nichts damit zu tun. Warum pustest du nicht deine Kerze aus? Dieses Mal bist du zu weit gegangen, Karl. Du bitte. Es ist sehr schwer, dich zu verstehen bei all dem Lärm. Wie hast du das überhaupt angestellt? Mit einem klumpen Feenstaub. Karl. Ich habe die Gefriertruhe ausgestopselt. Das ist nicht lustig, Karl. Wer lacht denn? Bestimmt nicht die Leute, die gerade verbrennen. Ich gehe. Ich habe genug davon. Denk doch nur an all die perfekt gerösteten Gesichter, die wir anknabbern können. Ey, Lama sind ja ganz gefährliche Tiere, Mann. Aber warum? Weil wir Freunde sind. Und Freundschaft ist, wenn zwei Kumpels zusammengebratene Gesichter mamten. Das ist keine Freund... Karl, das ist krank. Ich glaube, dann wirst du deine Geburtstagsdekoration auch nicht mögen. Aber ich habe da kein... Oh mein Gott. Überraschung. Oh nein. Fliegende Gesichter. Oh nein. Oh Gott. Es tut mir leid. Jetzt ist hier bloß der Hautlappen. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Das ist furchtbar, Karl. Du hast recht. In meinen Gedanken sah das viel besser aus. Ich glaube, ich muss kurz... Oh Gott, eins hat mich berührt. Nun, das ist wirklich nicht gut. Wie viele doch, Alter. Was soll ich sagen? Ich dachte, sie wären mehr... Wie hat er das überhaupt gemacht, wenn die jetzt erst... Achso, das sind ja keine verbrannten Gesichter. Das heißt, sie hat vor der Explosion die Gesichter von den Menschen schon abgerissen. Oh Gott. Wie vorstelle ich mir? Das ist nicht das Problem, Karl. Wieso hast du geglaubt, das hier wäre eine gute Idee? Vermutlich, weil ich ein gefährlicher und gewalttätiger Soziopath bin. Eindeutig, ja. Ich kann nicht glauben, dass du das immer wieder vergisst. Warum nochmal ist der mit dem befreundet? Oh, ich weiß, dass du was angestellt hast. Was meinst du damit? Du stellst immer was an. Es ist ein sonniger Tag. Wir haben Spaß. Also, was hast du verbrochen? Du hältst mich echt für einen Fiesling, oder? Karl, ich bin ein sehr hoch angesehenes Mitglied. Das hat er doch schon ein paar Mal selber zugegeben. Also, wer würde mir unterstellen? Okay, Karl. Also, was hast du heute gemacht? Nun, mal sehen. Ich habe das Auto gewaschen. Aha. Habe an die ansässigen Fahrtfinderin gespendet. Okay. Ich habe einen Film zurück in die Videothek gebracht. Was noch? Sehr nett. Ich bin aus Versehen auf einen Marienkäfer getreten. Und weiter. Und ich habe ein Bananenbrot für unsere Nachbarn Pat gemacht. Ich glaube, das war's. Fertig. Das ist alles. Das ist alles. Oh. Äh. Sowas machen Bananenbrote ständig. Oh. Karl. Was ist das? Ich glaube, ich habe eines vergessen, dir zu sagen. Karl. Entschuldige bitte. Das war falsch. Erkläre es mir. Nun, von hier sieht es wie ein Wetterballon aus. Ich bin nicht in der Stimmung für sowas. Das ist gar geil. So sieht Wetterballons auf jeden Fall aus. Dein Licht strahlt ein wenig Staub. Sag mir einfach die Wahrheit. Na gut. Ich könnte einen Riss im Universum geöffnet haben. Durch den ich Millionen von Babyhänden sammle. Warum? Warum, Alter? Ich scheiß mich so krumm. Was meinst du mit Haar? Ich glaube, ich habe was Schlimmeres erwartet. Schlimmeres? Das hier ist total verrückt und krank. Wie? Was Schlimmeres erwartet? Ein Dimensionsriss in Raum und Zeit, wo Babyhände rauskommen? Ist nicht schlimm? Aber sogar das Boot versenkt nicht schlimm dagegen. Weiß. Aber das letzte Mal mit der Bombe und den Gesichtern. Ach komm, schau mal. Okay, die Bombe. Ja, gut. Okay, okay. Schau mal genau hin. Wie habe ich das gemacht? Ich weiß nicht wie oder warum du diese Sachen machst. Weißt du, wie es sich gerade anfühlt, Karl zu sein? Es tut weh. Nicht so sehr wie die Babys, aber es schmerzt. Ähm, Karl. Was? Warum? Sind das nur Hände von weißen Babys? Nun, weißt du, Weiße müssen bezahlen. Ähm. Und die Bezahlung sind Babyhände. Nein, 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 nein. Sagst du ihn nicht mehr? Was denn, Karl? Mein Name. Genervt und angewidert. Ich gehe, Karl. Was? Ich verlasse dich. Es ist das Fleischvliesband, oder? Du warst nie ein großer Fan von modernen Wohnen. Es hat viele Gründe, Karl. Lass es mich erklären. Soll die mit dem roten Hut oder der mit einer Frau darstellen, die Paul, dass Paul heißt? Gibt es Frauen, die Paul heißen? Klären. Effizienz, Industrie. Noch nie wurden so viele tote Körper gleichzeitig verarbeitet. Karl. Also effizienter geht es kaum. Ich habe schon gepackt. Und ich finde nicht wieder. Vor allem warum in einem normalen Haus? Das sieht aus wie ein normales Haus. Aber ich habe dir noch gar nicht von einer großen Überraschung erzählt. Ich bin sicher, sie ist widerlich. Jetzt will ich sie dir gar nicht mehr zeigen. Klasse. Ich will sie gar nicht sehen. Mann, du bist gerade ein ziemliches A-Loch. Ich bin nicht derjenige, der Leute in einen riesigen Fleischwolf steckt. Es ist kein Fleischwolf, es ist ein Waisenstampfer. Ekelhaft. Weißt du, was ekelhaft ist? Dein Verhalten. Meinst du das ernst? Was habe ich getan, dass du mich so verbal fertig machst? Es ist alles, Karl. Alles, was du jemals gemacht hast. Alles? Auch als ich Mrs. Bixby mit ihrem Garten geholfen habe? Du hast sie dort begraben. Das hätte sie bestimmt gewollt. Gut, es war Hilfe, sie zu beerdigen. Kann man so mitnehmen. Sie kam mit der Ernte nicht nach. Und als Vorsitzender des Nachbarschaftsrates musste ich halt eingreifen. Ich will niemals einen Garten haben. Das, was du machst, ist Leute töten. Dann hätte Mozart ja auch nur Lieder geschrieben. Du bist komplett wahnsinnig. Seltsam. Das haben die Waisenkinder auch gesagt. Oh, what the fuck? Das ist ein Fleischdrache. Ich habe die Überraschung. Nein. Das sieht wie ein Fleischdrache aus. Hast du deinen Fleischdrachen nun fertig, Karl? Vielleicht. Interessante Sache, dass er lebt und gefährlich sein soll. Das ist grabenvoll, Karl. Ich weiß es nicht. Dankeschön. Sehr gute Überraschung, Alter. Sehr gute. Warum steht da eine Hand? Okay, worauf willst du hinaus? Äh. Oh, der Handstuhl. Das ist mein Zimmermannsprojekt. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich deine Arbeit runter machen würde? Natürlich. Warum nochmal ist das jetzt ein Schaf? Musste ich Gesichter benutzen. Alles andere wäre Kunstmissachtung. Das ist aus Gesichtern gemacht. Oh nein. Was ist nur mit dem, Alter? Scheiß mir ein, Alter. Ich war nicht zufrieden mit den Wahlergebnissen. Irgendjemand musste ja eingreifen. Ich bin ein Patriot und Held. Hatte wenigstens mal sinnvoll eingegriffen. Na schön. Das könnt ihr jetzt machen. Das kann ich sie auch wieder dran nähen. Ich glaube, die Körper sind noch in meinem Blutkanal. Oh. Na dann viel Spaß beim Nähen. Natürlich. Ich bin der Verrückte und nicht die Leute, die diese Trottel gewählt haben. Aber du abgescheißt nicht, sonst fress ich dich bei lebendigem Leid. Was machst du da? Du sitzt. Du hast dich noch nie hingesetzt. Du stehst immer, Paul. Du darfst nicht sitzen. Können Schafe überhaupt sitzen? Ich finde das sehr frech von dir. Du interessierst dich gar nicht für meine Gefühle, oder? Würdest du jetzt bitte aufstehen? Nein, 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 nein. Den Paul. Sehr interessant. Sehr interessant. Also wenn Schafe sowas könnten, dann könnten die ganz interessante Dinge. Maske nicht abnehmen. Es muss doch gut aussehen, wenn ich dich in den Blutkanal werfe. Ja? Paul? Bist du da? Ding Dong. Herr Vermieter? Ich stelle mich auch immer vor der Tür, wenn ich irgendwo klingel und schreie Ding Dong. Feuerwehr. Bankmanager, Sie haben ein Meeting. Was möchtest du, Karl? Ich möchte wie ein Freund behandelt werden, Paul. Wir sind keine Freunde mehr. Hast du mein Entschuldigungsklavier nicht bekommen? Ja, aber Klaviere bluten und streien mich. Es ging nicht genau um das Klavier, sondern eher um die Definition eines Klaviers. Warum kannst du nicht jemand anderen nerven, Karl? Ich vermisse dein brummeliges Gesicht. Habe ich das richtig verstanden? Das Klavier blutet und schreit? Es ist wieder aus Gesichtern. Und die Maske, die ich gebastelt habe, ist nicht brummelig genug. Du hast deine Maske gebastelt? Genau. Und wegen der Maske solltest du dich für einige Zeit von Ermittlungsbeamten fernhalten. Oh nein. In einigen Kreisen bist du nun als Nikolai Spanikow bekannt, Anführer des russischen Opiumkartells. Das ist keine gute Idee, Nikolai. Du weißt, kein Gefängnis kann mich aufhalten. Es klingelt. Aber ich kann sonst nirgendwo hin. Ich habe mein Haus... Junge, der versenkt Schirrfe, jagt ganze Städte in die Luft, reißt Menschen Gesichter ab. Ich kann mir vorstellen, dass kein Gefängnis den aufhalten kann. Ich bin niedergebrannt, als ich genügend Schwäne drin hatte und mein ganzes Gespartes ging für diese Schwäne drauf. Ja, und wer ist das für Verantwortlichkeit? Die Gesellschaft. Die Gesellschaft und die Schwäne. Die Schwäne. Aber ich kann das einfach nicht mehr. Okay, was ist, wenn ich dir 10 Millionen Dollar gebe? Du hast aber keine 10 Millionen Dollar, Karl. Ich habe eine Kiste mit all den alten Ballons versteckt. Die könnte ich ausgraben. Nein, Karl. Es waren... Wie kommt man dadurch an 10 Millionen? Entweder die Ballons oder die Zoobücher. Irgendwas ist auf jeden Fall dort vergraben. Ich mache jetzt ein wenig Musik an, Karl. Ich höre dich nicht mehr. Gemein. Tut mir leid. Mein fleischiges Ich ist sehr undankbar, Karl. Und nach all dem, was wir durchgemacht haben, ist es mehr als empörend. Du machst all diese wundervollen Sachen und verdienst mehr Anerkennung. Ist okay, das wird schon. Sobald das Schwanenklavier ankommt. Und die Schwäne leben noch. Oh nein. Schleif mich ein. Karl, das glaube ich jetzt einfach nicht. Oh oh. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Du hast jemanden getötet und dann zerstückelt. Seine Teile liegen noch auf dem Boden rum. Also. Gut, das ist mittlerweile schon Standort bei Karl. Da muss man sich jetzt echt nicht mehr wundern. Nach acht Folgen. Sieben. Wir sind ja jetzt bei acht. Ich weiß nicht. Warum glaubst du... Ja, ist doch. Warum glaubst du, dass ich so etwas machen würde? Karl, all das Blut und die Stückchen. Du, du Mörder. Ich glaube, ich würde mich erinnern, wenn ich jemanden in Stücke schneide und die ganzen Sachen auf dem Boden verteile. Ich glaube langsam nicht mehr. Das ist eine Sache, die ich normalerweise nicht vergesse. Und was war voll mit den ersten Toten in Haus? Was war mit den Schriften? Ich hasse dich, Karl. Ich hasse dich. Jetzt mal langsam. Das ist ganz schön verletzend, Paul. Ja, genau. Verletzend. Karl. Wer hat das gesagt? Jetzt wird's... Oha, jetzt wird's aber ernst. Ich war's, Karl. Paul? Ja, Karl. Du bist zurück. Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Vollenden? Es gibt so viel zu tun. Wir dürfen nicht drüber. Du hast gesagt, du kommst nicht zurück. Karl. Ja. Karl. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Karl. Was? Was hast du nun vor... Ah, kommt daher dieses Meme vom Walking Dead. Da heißt ja der eine auch Karl, der Junge. Und da gab's immer solche Memes, wo der sagt dann irgendwas Blödes am Ende. Der Vater mal... Karl. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Ein wenig Freestyle. Ich nehm die Dinge in letzter Zeit so, wie sie kommen. Du bist besser als das, Karl. Du kannst das besser. Also, ich schätze schon. Du bist Karl. Ich bin Karl. Karl. Das bin ich. Karl. Du schreist gerne, oder? Oh Gott. Jetzt wird's ernst. Oh nein, es wird noch ernster. Vor allem, wenn's schwarz anfängt. Oh, scheiße. Du musst aufstehen, Karl. Du bist in großer Gefahr. Wo sind wir? Ich such mal den Lichtschalter, Karl. Äh. Hat Karl die ganze Zeit nur ein halbes Ohr gehabt? Also nicht ein halbes Ohr, sondern ein angeknappertes Ohr? Ich glaube nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie ich hierhin kam. Du musst hier raus, Karl. Ja. Auf jeden Fall. Oh, das ist meine Fleischgrube. Du bist tief gefallen, Karl. Und dabei ist das Ohr kaputt gegangen. Interessant. Du bist in Gefahr. Du musst hier raus. Wie lange bin ich schon hier unten? Das fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Deine Arbeit ist noch nicht getan. Es gibt noch so vieles zu tun. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen kann. Du musst dich beeilen. Irgendetwas ist mit uns hier unten. Das ist der Stoß. Der Basilisk, der tut uns nichts. Der Idiot frisst... Nein, deswegen fehlt dir ein Stück Ohr. Nämlich nur Chipotle. Es kommt näher. Warst du schon immer so gruselig, Paul? Ich suche uns mal ein Zeich. Und bitte auch ein wenig Antibiotika. Ah, ich weiß. Ich bin schon ein lustiges Kerlchen. Paul, warst du das? Vielleicht war das auch mein Magen, der so gegrummelt hat. Hungrig nach Händen. Erinnerst du dich daran, Paul? Hungrig nach Händen. Oh nein. Da magst du nur Hände fressen. Oh oh. Unglück mit dem Seil. Tut mir leid, Karl, aber du bist auf dich alleine gestellt. Na, das war ja klar. Oh, da guckt sogar Knochen raus, Alter. Das sehe ich jetzt erst. Ich schau dir meine Beine an. Karl. Oh nein. Oh hey, wie kommen denn all die Körper hierher? Du hast all diese Leute getötet, Karl. Menschliches Fleisch zusammen. So viel zum Thema. Ich würde mich daran erinnern. Mag ich eigentlich am wenigsten. Karl. Ich bin ein Schuft und ein Fiesling. Wo ich bin, gibt es halt immer Probleme. Ja, ja. Oh, oh. Holzbehen. Oh nein, das arme Behen. Ich glaube, das war's. Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Es gibt nichts. Was zum Teufel ist da passiert? Es ist alles weg. Es reicht, Paul. Karl. Warum schreist du mich immer noch an? Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Alle Hände wurden gegessen. Die Fleischkreaturen wurden erschaffen und dann auch gegessen. Voll dumm. Ja, das war sehr traurig. Ja, glaube ich einfach nicht, Karl. Ja, am Fleischkreaturen. Ja, und nun? Die ganze Welt kaputt. Erinnerst du dich an den Blutstrudel in Paris? Karl. Ja, das war mein Liebling. Karl. Weißt du was? Ich glaube nicht, dass du der richtige Paul bist. Natürlich bin ich das, Karl. Du bist ein Fiesling und ein Lügner. Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Ich werde den echten Paul finden. Karl. Ich glaube, er wird all die Sachen hier nicht sehr erfreut sein. Nein. Hier bin ich nicht. Die Nervenkugel, die all die Leute geschockt und an ihrer Haut gefressen hat. Ja, Karl. Paul wird traurig sein, wenn er erfährt, dass ich dafür verantwortlich bin. Was ist... Ich glaube, der wird nicht nur traurig sein. Der wird im Dreieck springen und das in den Viereck. Fast geschafft, Karl. Wenn ich den richtigen Paul finde, wird er auf dich am meisten wütend sein. Oh, 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 oh. Identitätsdiebstahl ist eine Straftat. Aber längst nicht so schlimm, was... Ach, Gott. Schreien. Auch eine Straftat. Karl. Paul. Karl. Ich glaube, da gibt es kein Mensch mehr. Oder Lama-Schar... Lama oder Polizeischaf oder so, dass da irgendwelche Straftaten verfolgt. Die Welt ist im Arsch. Jetzt geht es los. Paul. Bist du zu Hause? Oh. Die Tür ist kaputt. Paul. Nein, bist du nicht. Du bist nicht, Paul. Du bist ein Betrüger. Paul. Hör auf. Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Paul. Hände fressen. Komm jetzt rein, Paul. Es tut mir leid, dass es deine Privatsphäre stört, aber es ist wichtig. Paul. Paul. Wie viele Völken sind das? Zwölf. Oh. Ich glaube, der ist wirklich weg. Äh. Wie lange noch mal war der ohnmächtig? Was zum Teufel ist da passiert? Oh. Der echte Paul ist tot? Das kannst du nicht bringen! Die ganze Welt ist einfach im Arsch, ey. Was ist das? Das sind Blutstrudel da oben am Himmel? Oh Gott. Ach ja, Blutstrudel von Paris. Stimmt. Oh nein, der will sich doch jetzt nicht umbringen. Karl. Oh hey. Karl. Ich war es nicht. Karl. Karl. Oh nein. Oh. Ja, irgendwie kann es da noch eine zwölfte Folge geben. Oh, das sind wir schon bei der zwölften? Oh. Das war's. Das kann doch so nicht enden. Was für ein trauriges Ende, Alter. Es war aber krass. Es war richtig geil. Wenn euch das für die gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt. Abonnieren. Diesmal verabschiede ich und bin damit. Aufs. Bis zum nächsten Mal.